Schoko oder Vanille? Hallo ihr Lieben, in dem Video geht es darum, ob ihr lieber Schoko oder Vanille eis mögt oder vielleicht auch beides. Und eigentlich geht es mal wieder um mathematische Fachsprache. Mathematik ist eine sehr, sehr präzise Sprache, in der es fast keine Doppeldeutigkeit gibt. Und dazu gehören auch die Wörter und und oder. Die sind klar definiert. Und auch hier kann uns leider die Umgangssprache wieder in Strich durch die Rechnung machen. Aber auch hier ist es eigentlich am besten, wir arbeiten irgendwie mit einem Beispiel. Und ich habe mal wieder in mein Gedächtnis gekramt und habe ein Beispiel aus der Bibel rausgesucht. Und dazu habe ich mir einfach zwei Gruppen Menschen ausgesucht, nämlich die Begleiter von Jesus und die Nachfolger von Jesus. Und ich definiere, das ist jetzt wahrscheinlich nicht offiziell, die Begleiter sind diejenigen, die einfach mit Jesus zu der Zeit, als er auf der Erde gelebt hat, unterwegs waren. Und die Nachfolger, das sind diejenigen, die tatsächlich an Jesus geglaubt haben. Manche Begleiter sind Nachfolger, manche Nachfolger waren Begleiter und so weiter und so fort. Begleiter waren zum Beispiel Sadduzeer und Pharisäer, die waren mit ihm einfach unterwegs, weil sie wissen wollten, was er so zu sagen hatte und denen irgendwie überführen wollten, dass der irgendwelchen Blödsinn gemacht hat. Aber auch die Jünger sind Jesus nachgefolgt, ein paar Leute seiner Familie. Ich habe jetzt einfach mal F hingeschrieben für Familie und ein paar Leute aus den Dörfern, einfache Menschen, von denen wir eigentlich nichts wissen, aber wo dann steht, 5000 Leute waren mit bei ihm. Manche werden sicherlich ein paar Tage mit ihm unterwegs gewesen sein, andere, ich glaube, 70, 80, vielleicht die ganze Zeit. Also Nachfolger haben wir auch ein paar, das sind natürlich auch die Jünger, das sind seine Familie und das sind ein paar Leute aus den Dörfern. Und dazu gehören aber auch die Christen heute, also das ist nicht zeitlich gebunden und überhaupt die Christen weltweit. Aber zum Beispiel auch der Hauptmann von Capernaum, der ja Jesus kurz begegnet ist und ihn gebeten hat, seinen Jener zu heilen, der zu Hause lag. Das war eine kurze Begegnung und danach ist der Hauptmann wieder nach Hause. Ja und die Menge der Begleiter nenne ich B, was für eine Überraschung und die der Nachfolger nenne ich N, genau. Ja und jetzt ist einfach nur die Frage, was ist denn damit gemeint, wenn ich zum Beispiel sage, ich schaue mir die Menge an, die Nachfolger und Begleiter waren. Nun ja, das sind diejenigen, die sowohl Begleiter als auch Nachfolger sind. Das heißt, die Sadducee und Pharisäer waren zwar Begleiter von Jesus, aber keine Nachfolger. Auch hier gibt es Ausnahmen, ich frage gemeinere, aber ich glaube, ihr wisst, worum es geht. Der Hauptmann von Capernaum und die Christen heute, die waren keine Begleiter von Jesus. Das heißt, hier kommen tatsächlich nur die Elemente rein in diese Menge, die in beiden vorkommen. Und ihr seht, dass hier diese drei Krüppchen, Jünger, Familie und Leute aus den Dörfern in beiden Mengen vorkommen. Das heißt und. Ja und welche Menge ergibt sich jetzt, wenn ich oder frage? Dazu gehören die Leute, die entweder Begleiter sind oder die Nachfolger oder in beiden vorkommen. Manchmal wird das auch in solchen komischen Diagrammen gezeichnet. Die sind zwar als Kreis abgebildet und nicht unbedingt als Viereck, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Und zwar sind hier dann links steht die Menge B und rechts steht die Menge N. Und hier, das ist die sogenannte Schnittmenge, also die Menge, die übereinstimmt. Und das wird manchmal noch so gelb hervorgehoben. Das ist das Unterereignis. Das Oderereignis, da ist genau dieselbe Anordnung. Links steht die Menge B, rechts steht die Menge N. Und die komplette Menge ist einfach das Oderereignis, weil es in einem oder in der anderen oder in beiden drin sein kann. Das heißt, Jünger tauchen zwar bei den Begleitern und bei den Nachfolgern auf, aber in der Vereinigungsmenge, sagt man dann manchmal, müsst ihr euch noch nicht merken, tauchen die dann trotzdem bloß einmal auf, weil das nur ein Element der Menge ist. Ganz kurz zur Umgangssprache. Warum kann uns da ein Fallstrick entstehen? Wenn wir Oder sagen, meinen wir manchmal Entweder-Oder. Das ist im Deutschen nicht ganz eindeutig. Wenn ich jetzt sage Schoko oder Vanille, soll ich mich meistens entscheiden für Entweder-Schoko oder Vanille. Was ist dein Lieblings-Eis? Du kannst nur eins wählen. Dass beides gewählt werden kann, ist vom Fragesteller nicht gedacht. Und das ist so ein bisschen die Ungenauigkeit, die wir haben. Bei Und ist es, glaube ich, schon grob ähnlich, aber da könnt ihr nochmal drüber nachdenken, ob das tatsächlich so ist. Ganz wichtig ist noch die Fachsymbolik. Wie wird das Und bezeichnet oder die Menge? Wie schreibt man die dann? Da würde man dann hier so einen geschwungenen Bogen hinschreiben, der nach unten geöffnet ist. Also B geschnitten N oder B und N kann man sagen. Und dann kommt hier in der geschweiften Klammer die Menge. Und bei Oder ist es ziemlich ähnlich. Da ist der Bogen nach oben. B oder N oder B vereinigt mit N, je nachdem, wie man es sagen will. Und da kommt dann auch in den geschweiften Klammern die Menge rein. Wie kann man sich das merken? Naja, die Tasse ist nach oben. Die sammelt alles rein. Ja, also die lässt einfach alle rein. Die schneidet ein bisschen was ab. Keine Ahnung. Vielleicht hilft euch das ja. Ja, bleibt nur noch die Frage Vanille oder Schoko. Ihr könnt einfach mit Ja antworten. Das heißt, entweder das eine oder das andere. Oder ihr kriegt vielleicht sogar beides. Wer weiß. Das ist nicht schon. Ich bin jetzt. Obviously, ich bin jetzt ein bisschen verstanden. Ich bin jetzt.